Wie die Mama, so. Der Sohn. Schauspielerin Janina Hartwig ist besonders durch ihre Rolle als Ordensschwester in der Serie um Himmels Willen bekannt. Seit über 14 Jahren sehen tausende Zuschauer die 59-Jährige in Ordenskleidung als Schwester Hanna im Fernsehen. Jetzt bekommt sie männliche Unterstützung, und zwar von ihrem Sohn David. Zum Auftakt der 20. Staffel der Kultserie verkündet die deutsche Schauspielerin auf ihrem Instagram-Kanal, dass ihr Sohn in einer der neuen Folgen mitspielt. War echt aufregend, schreibt die TV-Nonne unter das Foto von sich und Sohn David. Früher mit schrägen Pony und schüchternem Blick an Mamas Seite auf dem roten Teppich lehnt der mittlerweile 16-Jährige ganz cool neben seiner bekannten Mutter und schaut Janina Hartwig im wahrsten Sinne des Wortes bei den Dreharbeiten über die Schulter. Bei so einer begabten Schauspiel-Mama kann man sicher einiges lernen. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Vielleicht wird aus David Hell auch mal ein großer Schauspieler. Wir sind gespannt und freuen uns auf die neue Staffel um Himmels Willen mit Janina und ihrem Nachwuchs. Und dann haben wir zum Beispiel nicht. Bis zum nächsten Mal.